Was ist denn das? Was? Komm, lass mal gut sein, ja? Uns kann doch hier keiner sehen. So schön einsam hier, na komm schon. Ich hab Nein gesagt. Ach Arne, bitte, ich brauch das jetzt sofort. Nein! Wann haben wir das denn besprochen? Das sollte eigentlich eine Überraschung sein. Apropos Überraschung. Der eigentliche Grund, warum ich heute hier diesen Tisch... Ja, aber ich hab doch noch bestellt, und zwar weil... Ich wollte doch heute mit dir hier hin... Ja, und wenn ich ihn nicht reserviert hätte, dann würden wir jetzt an der Pommesbude stehen und Rot-Weiß essen. Entschuldigung bitte, ja, du hast gerade eben gesagt... Sag mal, macht deine Chefin nicht mal Feierabend? Ach, die Lutsch schluss lieber aus wie eine Kabel Sonnentüte. Ja, und wer es mit sich machen lässt. Das hat gerade der Regen. Im Kino nebenan läuft gerade The Women. Und im Saal daneben läuft gerade The Fast and the Furious. Ja, also eigentlich war das ja eh ein Scheißstück, oder? Ne? Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. H FORE Wo Untertitelung des ZDF, 2020